Die Dienstagsfrau Endlich klingelt es. Sie ist nie pünktlich. Er hat sein bestes Hemd an, tiefrot, denn er liebt sie. Er wischt mit dem Arm durch die Lichtschranke. Die Automatik funktioniert tadellos. Er hört das Klacken der Eingangstür, die ins Schloss fällt. Im Gang zieht sie die Schuhe aus. Das ist die Abmachung. Er wird sich die erste halbe Stunde mit dem Summen zufriedengeben müssen, mit dem sie ihre Arbeit beginnt. Es ist keine Melodie, die er kennt. In ihrem Land gibt es andere Lieder. Trauriger, von tief innen. Wasser rauscht, er möchte Papayas riechen. Die Dienstagsfrau Endlich klingelt es. Sie ist nie pünktlich. Er hat sein bestes Hemd an, tiefrot, denn er liebt sie. Er wischt mit dem Arm durch die Lichtschranke. Die Automatik funktioniert tadellos. Er hört das Klacken der Eingangstür, die ins Schloss fällt. Im Gang zieht sie die Schuhe aus. Das ist die Abmachung. Er wird sich die erste halbe Stunde mit dem Summen zufriedengeben müssen, mit dem sie ihre Arbeit beginnt. Es ist keine Melodie, die er kennt. In ihrem Land gibt es andere Lieder. Trauriger, von tief innen. Wasser rauscht, er möchte Papayas riechen. Nur sie weiß, wo es die exotischen Putzmittel gibt. Ein Platschen des nassen Lappens auf dem Fliesenboden der Küche. Ein Rhythmus entsteht, wenn sie über die Fugen wischt. Bei den Bewegungen quietschen ihre großen nackten Fußsohlen auf der weißen Keramik. Plonk, 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 plonk. Der Schrubber stößt an die verkromten Tischbeine. Sie kommt näher. Er kann sie riechen. Heute trägt sie Patchouli. Sie lässt sich etwas für ihn einfallen. Durch die angelehnte Milchglastür vom Wohnzimmer sieht er ihren Schatten. Er weiß, dass sie lächelt. Mit einer Bewegung des Kinns steuert er das schwere Gefährt Richtung Fenster. Erst im letzten Moment möchte er sie sehen. Sie sagt immer »Bonjour, Monsieur«, wenn sie ins Zimmer kommt. Die Haare des Besens streichen über das Parkett. Teppiche wären unpraktisch für die Manöver der großen luftgefüllten Räder. Ihre schlanken Hände sind an den Gummigriffen hinter ihm. »Les fenêtres aussi aujourd'hui?« Er nickt, als sie die Vorhänge aufzieht. Sie streckt sich mit dem Wischer nach oben. Und zwischen dem weißen T-Shirt und der grauen Jogginghose sieht er diesen Streifen aus Schokolade. Sein Blick küsst sie schnell auf die dunkle Haut, bevor sie sich umdreht. Sie hält die Hand vor den Bauchnabel und als er beschämt nach unten blickt, lacht ein großer Mund mit strahlend weißen Zähnen weit über ihm. Er hebt den Arm und deutet mit den leblosen Fingern auf den großen Tisch in der Ecke. Die Bezahlung ist anständig. Es liegen immer zwei Zwanziger unter der schwarzen Rose, die ihm die Pfleger besorgen müssen. »Abiantot!« Sie schlüpft in die blauen Plastiksandalen im Gang und das sanfte Geräusch der zufallenden Tür ist wie ein Kuss auf seiner Stirn. »Abiantot!«, denkt er und blickt hinab zur Straße. Die Scheiben sind so sauber, als wäre da nur Luft. Gesundheit Hallo, Franzi. Hallo, Michaela. Du, ich hab mal ne kurze Frage an dich. Du bist doch beruflich so oft mit dem Flugzeug unterwegs und ich bin schon lange nicht mehr geflogen und kenne mich mit den Sicherheitsbestimmungen nicht so gut aus. Ich muss morgen übers Wochenende auf Dienstreise nach Berlin. Da möchte ich nur mit Handgepäck reisen. Zurzeit habe ich solche Probleme mit meiner Kopfhaut. Sie ist ganz entzündet und rot und juckt ganz schrecklich. Gestern war ich deshalb beim Arzt und er hat mir ein medizinisches Shampoo verschrieben, das ich täglich anwenden muss. Das Shampoo ist aber in einer sehr großen Flasche und jetzt weiß ich nicht, ob ich es im Handgepäck mitnehmen darf. Wie groß ist denn die Flasche? Es sind 500 Milliliter drin. Das ist auf jeden Fall zu viel. Im Handgepäck darf man nur 100 Milliliter Flüssigkeit mitnehmen. Ich würde das Shampoo einfach in einen kleineren Behälter umfüllen. Ah ja, und muss ich sonst noch etwas beachten? Ja, du musst den Behälter in einem transparenten, wiederverschließbaren Plastikbeutel von maximal einem Liter stecken, damit die Beamten bei der Sicherheitskontrolle auch sehen können, was da drin ist. Das wusste ich nicht. Wenn ich das alles beachte, müsste ich das Shampoo aber mitnehmen können, oder? Ja, klar. Wenn du alles so machst, wie ich es dir gesagt habe, wirst du keine Probleme am Flughafen haben. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich muss jetzt leider weiter. Lass uns mal nach meiner Dienstreise telefonieren. Das machen wir. Viel Spaß in Berlin und gute Reise. Danke. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen zum Gesundheitsforum. Heute zum Thema Neue Wege mit alternativen Heilmethoden. Im ersten Teil der Sendung wollen wir zunächst einmal sammeln, was für Erfahrungen unsere Hörerinnen und Hörer mit diesen Methoden gemacht haben. Uns zugeschaltet ist jetzt Frau Klinger aus Stuttgart. Frau Klinger, was können Sie uns berichten? Ja, hallo zuerst einmal. Also bei mir geht's um den Rücken, genauer gesagt um die Bandscheibe. Ich hatte ständig Beschwerden mit dem Nerv bis hinunter ins Bein und bin von Arzt zu Arzt gerannt. Die haben mir nur Spritzen gegen die Schmerzen gegeben, aber keiner konnte mir helfen. Eine Freundin brachte mich dann auf die Idee mit Yoga. Ich gehe jetzt regelmäßig in ein Studio und habe etwa zwei Dutzend Yogastunden hinter mir. Besonders die Atemübungen tun gut. Damit habe ich die Spannungen im Rücken wegbekommen. Herzlichen Dank, Frau Klinger. Sie haben also positive Erfahrungen mit Yoga gemacht. Hier haben wir nun einen weiteren Hörer. Herr Brönner, worum geht es denn bei Ihnen? Hallo, guten Abend. Vielen Dank, dass Sie mich drangenommen haben. Also bei mir wurde ein erhöhter Blutdruck festgestellt. Meine Frau meinte, ich solle bloß die Finger von den Tabletten lassen. Die hätten so viele Nebenwirkungen. Deshalb bin ich jetzt bei einer Heilpraktikerin. Sie möchte es zuerst einmal mit etwas Homöopathischem versuchen. Seit ein paar Wochen nehme ich Kügelchen. Globuli, meinen Sie? Ja, genau. Die Werte sind auf jeden Fall viel besser geworden. Haben Sie sonst noch etwas verändert, Herr Brönner? Ja, seit der Diagnose bewege ich mich mehr und ernähre mich bewusster. Das klingt doch toll. Vielen Dank. Nun haben wir noch Frau Baranski am Apparat. Über welche Erfahrungen können Sie denn berichten? Ich hatte über längere Zeit Kopfschmerzen. Je nachdem, wie schlimm sie waren, habe ich halt die üblichen Schmerzmittel genommen. Aber dann bekam ich deswegen Probleme mit dem Magen. Da ich die Tabletten nicht vertragen habe, musste ich mich nach etwas anderem umschauen. Ich versuchte es daraufhin mit Akupunktur. Mein Hausarzt hat nämlich eine Zusatzausbildung darin gemacht. Ich bekam Nadeln an unterschiedlichen Stellen an meinem Körper gesetzt und musste damit einige Zeit liegen bleiben. Dadurch wurde nach und nach der blockierte Energiefluss in Schultern und Nacken reguliert. Schon nach einigen Behandlungen wurden die Schmerzen weniger. Schön, dass auch Sie so positive Erfahrungen gemacht haben. Zusammenfassend kann man also sagen, dass es auch gute und wirksame Alternativen zur Schulmedizin gibt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und verabschiede mich. Ihr Andreas Tietze Sehr geehrte Damen und Herren! Ich begrüße Sie heute ganz herzlich zu meinem kurzen Vortrag über alternative Heilmethoden. Stimmt es eigentlich, dass die Anwendung alternativer Methoden zumindest nicht schaden kann? Ich denke, nein. Vertreter alternativer Methoden neigen zum Beispiel dazu, fälschlicherweise zu viele und gar nicht vorhandene Allergien zu diagnostizieren. Diese werden durch alternative Methoden wie Homöopathie angeblich rasch und natürlich wieder geheilt. Sollen wir das glauben? Auch alternative Medikamente sind nicht grundsätzlich harmlos. Bei manchen alternativen Medikamenten sind die Inhaltsstoffe unzureichend deklariert. Viele homöopathische Medikamente enthalten beispielsweise Alkohol. Eine Verabreichung von Alkohol an Säuglinge und Kinder, auch in kleinen Mengen, ist aber grundsätzlich problematisch. Deshalb mein Vorschlag, bei der Suche nach der richtigen Heilmethode sollten Sie jede Methode, ob schulmedizinisch oder alternativ, mit demselben kritischen Maßstab bewerten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute möchte ich eine Reise vorstellen, die wir so oder so ähnlich in unser Angebot mit aufnehmen sollten. Sie führt entlang dem wunderbaren und faszinierenden Rhein und spricht als Zielgruppe wohl vor allem diejenigen an, die sich für Kultur und Geschichte interessieren, aber auch das Bedürfnis nach Bewegung haben. Eine Kulturreise auf dem Wasser ist ja für Jung und Alt, Paare, Singles oder Freundesgruppen ein einzigartiger Urlaubsgenuss. Noch dazu, wenn es links und rechts des Wegs so eine Fülle von alten Burgen, Schlössern und historisch wichtigen Städten zu besichtigen gibt. Und die Reisenden steigen immer mal wieder für ein paar Stunden auf eines der umweltfreundlichsten Fortbewegungsmittel, nämlich das Fahrrad, um und machen damit eine Tour durch die reizvolle Landschaft. Das ist doch eine wunderbare Kombination. Als kleine Anregung hier ein paar Bilder. Gestartet wird aber nicht in den Schweizer Bergen, wo der Fluss entspringt, sondern am Dreiländereck Schweiz-Deutschland-Frankreich. Genauer gesagt am Rheinhafen im schweizerischen Basel. Dort steigen die Reisenden dann in einen historischen Rheindampfer, der sie flussabwärts bringt. Sie winken unterwegs den Kanufahrern auf dem Fluss zu und genießen die spektakuläre Aussicht auf die Landschaft. Die Tour führt an Kehl und Straßburg vorbei, dessen berühmtes Münster die Teilnehmer besichtigen können. Am Mittelrhein gilt es dann, durch Weinberge und eine uralte Burgenlandschaft in die Pedale zu treten. Fahrräder und Helme werden natürlich für alle gestellt. Und weil diese Fortbewegungsart sich ja richtig hungrig macht, wird die Verpflegung entweder für ein Picknick unterwegs mitgenommen oder die Mahlzeiten werden in traditionellen Gaststätten eingenommen. So hat man mehrfach die Gelegenheit, leckere Gerichte aus der Region zu probieren. Danach können die Teilnehmer bei der Weiterfahrt auf dem Rheindampfer erst einmal richtig entspannen. Endpunkt der Reise ist schließlich Köln. Die bekannte Großstadt mit ihrem einmaligen Dom, modernsten Museen und einer lebendigen Kneipenszene hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Wir hoffen, dass Sie unsere Begeisterung für die Gestaltung dieser besonderen Reise teilen und danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.